One Wind Outdoors Tarp Ridge Line Mini Spule Hergestellt aus leichten und hochfesten Abspannleinen mit einer Bruchfestigkeit von 250 Pfund. Die Abspannleine ist 12 Meter lang, um um dicke Stämme zu umbinden und lange Strecken zu überwinden. Aufbauen ohne Knoten Kein mühsames Erinnern mehr an komplizierte Knoten. Die Hardware ist mit der Abspannleine verbunden, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sie verloren geht. Dann können Sie Ihr Tarp oder Ihren Unterstand ganz einfach mit den vorgefertigten Prusiknoten aufstellen. Sie können es für Ihr Hängematten-Tarp, Ihre Überlebensunterkunft oder sogar zum Aufhängen Ihrer Kleidung verwenden. Die Schnüre nicht verheddern Das Tolle daran ist, dass die Abspannleine ausgetauscht werden kann.